Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch, wie versprochen, das Video zum Braun-Silk-Expert Pro 5 IPL-Gerät. Ihr konntet mir Fragen stellen zum Gerät, zur Anwendung und was man beachten sollte. Und die ganzen Fragen werde ich natürlich nicht alleine beantworten. Ich habe mir eine Expertin dazu geholt, und zwar die Dermontologin Melanie Hartmann. Ja, Melanie, kannst du ein bisschen was zu dir sagen? Genau. Hallo Kisu, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und deine Fragen beantworten kann. Ich bin sonst im Leben Dermatologin, habe also eine schöne Hautarztpraxis in der Hamburger Innenstadt. Und ich mache schon seit einigen Jahren noch zusätzlich die ärztliche Beratung für die Firma Braun. Und heute freue ich mich, für deine Fragen da zu sein. Ja, sehr gut. Weil ich glaube, so gerade die technischen Hintergrundsachen, die kann sie viel, viel besser erklären als ich. Und deswegen dachte ich, mir ist es ganz gut, dass wir das mal einmal zusammen machen. Dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass das alles richtig ist, was hier gesagt wird. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Fragen bekommen, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zum Thema IPL sagen. Was ist so der Hintergrund, der technische Hintergrund hinter dem Thema IPL? Ja, also IPL heißt Intense Pulst Light. Das ist eine lichtbasierte Entharbungsmethode. Und sie funktioniert folgendermaßen. Das Gerät sendet Lichtblitze aus und diese kommen dann in die Haarwurzel, genauer gesagt in das Melanin in der Haarwurzel, also in das dunkle Pigment. Und dort wird das Licht dann in Wärme umgewandelt. Und durch die Wärme wird das Haar dann daran gehindert, dass es neu produziert wird. Also es ist im Haarwachstumszyklus sozusagen ein Cut drin, sodass die Haarwurzeln einschlafen und keine neuen Haare mehr produzieren. Das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen mit der Wärmeentwicklung wie ein schwarzes T-Shirt in der Sonne. Weil wenn ich ein schwarzes T-Shirt in der Sonne an habe, wird mir ja auch warm und zwar wärmer, als wenn das T-Shirt weiß wäre. Und so kann man sich das erklären. Die Lichtenergie wird umgewandelt in Hitze und diese Hitze oder die Wärme, die ist in der Haarwurzel dazu führen, dass sie einschläft und kein Haar mehr produziert. Und das vorhandene Haar fällt dann auf natürliche Art und Weise aus. Wie ihr wisst, habe ich ja vor der Schwangerschaft mit dem braunen IPL-Gerät angefangen und hatte damit mega tolle Ergebnisse gehabt. Ich habe dann, als ich schwanger geworden bin, damit aufgehört, auch wegen der Hormonumstellung. Da ist das sowieso alles ein bisschen durcheinander und habe dann nach der Stillzeit wieder angefangen und hoffe, dass ich dann zum Frühlingsommer hin wieder haarfrei bin. Aber Melanie, du kannst ja nochmal erklären, für welche Person ist denn so ein IPL-Gerät am besten geeignet? Das IPL-Gerät ist für einige Hauttypen gut geeignet, aber nicht für alle. Und ich sage mal Haut- und Haartypen. Es geht nicht so gut bei den ganz dunkelhäutigen und mit sehr hellen Haaren, weil zum Beispiel rote Haare oder weiße, graue Haare oder ganz hellblonde eben nicht gehen. Die werden nicht erwischt. Und bei sehr brauner Haut auch nicht. Aber wenn man so einen mittelbraunen Hauttyp bis hellen Hauttyp hat und die Haare normalblond bis dunkelblond, hellbraun oder sogar schwarz sind, dann funktioniert das richtig gut. Also es ist für viele sehr gut geeignet, wo der Kontrast sehr gut ist. Und was würdest du zu denjenigen sagen, die eine helle Haut haben und helle Haare? Also warum funktioniert das dann nicht? Die helle Haut ist ja gar nicht mal das Schlimme. Das ist ja sogar gut. Aber das helle Haar ist das Problem, weil in der Haarwurzel bei hellen Haaren eben kein oder wenig Melanin vorhanden ist, der schwarze Farbstoff. Und den brauche ich, um das Licht eben in Energie umzuwandeln. Also es wird wie das schwarze T-Shirt in der Sonne am besten und am wärmsten funktionieren, wenn es eben ein dunkles Haar ist. Melanin, das dunkle Pigment, zieht das Licht rein. Und wenn das gar nicht vorhanden ist oder nur zu einem ganz kleinen Anteil, dann funktioniert das einfach nicht. Jetzt haben mich viele gefragt, was der Unterschied ist zwischen IPL und Laser. Kannst du das ein bisschen erläutern und was ist jeweils der Vorteil von den Methoden? IPL und Laserlicht haben eins gemeinsam. Sie wollen wirklich das Haar in der Wurzel erwischen, dass kein Haar mehr nachproduziert wird. Also das Ergebnis ist das gleiche und es ist auch in Anwendungsbeobachtungen durchaus gleichwertig zu beurteilen. Auf der einen Seite hat IPL-Licht aber mehr Streueffekt, weil es doch verschiedene Wellenlängen hat und nicht nur gebündeltes Licht ist wie beim Laser. Und durch dieses Streulicht ist es gefahrenfrei für jeden zu Hause zu verwenden. Und Laserlicht gehört in Hände von Ärzten, weil es eben intensives Licht einer einzigen Wellenlänge ist. Ah, okay. Also deswegen kann es auch jeder zu Hause verwenden, ohne irgendwie Angst zu haben, dass es irgendwie gefährlich sein könnte. Sondern das ist so sicher, weil das einfach so breit gestreut ist. Ja, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Und zwar ist das ganz cool. Ihr könnt nur einen Lichtblitz absenden, wenn das Gerät komplett auf der Haut anliegt. Und es tut auch überhaupt nicht weh. Ihr könnt hier auch die Intensität einstellen. Ich mache das immer auf die niedrigste Stufe, weil ich eine schmerzempfindliche Person bin. Aber selbst wenn man es auf der höchsten Stufe hat, ist das komplett aushaltbar. Ihr müsst einfach nur das Gerät hier an die Haut anlegen und einmal hier raufdrücken. Dann wird ein Lichtblitz sozusagen an die Haut gesendet und die ganzen Haarwurzen, die getroffen werden, die werden in den Schlaf versetzt. So, ich habe es mal ganz kurz ausgemacht, damit das nicht hier so ins Mikrofon reinpustet. Ihr habt auch verschiedene Aufsätze. Ihr habt hier einmal den Körperaufsatz und einmal den Aufsatz für die Haare im Gesicht. Das könnt ihr ganz einfach austauschen. Und ich würde sagen, es ist so unaufwendig. Ich brauche für eine komplette Behandlung von Gesichtshaaren bis Achseln über die Beine fünf Minuten einmal die Woche. Also es ist komplett überschaubar, der Aufwand. Und was ich auch total mag, ist, dass es einfach so schmerzfrei ist. Und ihr könnt das je nachdem, wie eure Schmerzgrenze ist, komplett hier anpassen. Und natürlich auch je nach Bereich das nochmal anpassen. An den Beinen zum Beispiel habe ich das auf der höchsten Stufe. Und da, wo die Haut ein bisschen dünner ist, wie zum Beispiel unter den Achseln, habe ich das auf der niedrigsten Stufe, genauso wie im Gesicht. Also ich weiß noch, als ich vor der Schwangerschaft angefangen habe mit der Behandlung, dass ich so ungefähr zwischen zehn und zwölf Wochen dann angefangen habe, richtig sichtbare Ergebnisse zu sehen. Kannst du nochmal erklären, was in diesen Wochen genau passiert? Also warum muss ich das jede Woche anwenden oder alle zwei Wochen anwenden? Was passiert da genau, wenn ich diese Behandlung mache? Also die Haare haben ja einen Wachstumszyklus. Das heißt, sie haben immer verschiedene Phasen, in denen sie auch unterschiedlich empfindlich sind. Und so ist zum Beispiel der Erfolg für das IPL-Licht am besten in der Wachstumsphase der Haare. Aber es sind nie alle Haare gleichzeitig im Wachstum. Also muss man versuchen, möglichst viele zu einem Zeitpunkt zu erwischen, die gerade im Wachstum sind. Und das Ganze dann also wiederholt anwenden, am besten einmal in der Woche, weil ja dann immer verschiedene Haare gerade im Wachstumszyklus sind und dann immer auch erst getroffen werden. Also man wird nie mit einer Anwendung ein Ergebnis haben, was zu 100 Prozent Blitzeblankheit führt. Deswegen zu empfehlen, über die ersten vier bis zwölf Wochen eigentlich, das ist unterschiedlich bei jedem, einmal in der Woche vorzugehen, weil ich dann immer gerade Haare habe, die in dieser sensiblen Phase sind. Und dann werden diese quasi getroffen, sodass in dieser Haarwurzel kein Haar mehr nachkommt. Und um dann erfolgreich alle Wurzeln zum Schlafen zu bringen, braucht man also eine bestimmte Zeit von Wochen, du hattest glaube ich zwölf Wochen gesagt, die du gebraucht hast, bis dann nichts mehr kam. Das ist unterschiedlich, aber es ist wichtig, am Anfang wirklich dabei zu bleiben, wöchentlich, um immer wieder Haare in der sensiblen Phase zu erwischen. Okay, und wie lange schlafen dann die Haare oder beziehungsweise die Haarwurzel schläft ja dann? Das ist eine gute Frage und hängt doch sehr von Mensch zu Mensch und vom Hauttyp auch ab. Also bei manchen ist das so, dass sie einmal im Monat eine Erhaltungsdosis machen sollten, weil sonst Haare nachkommen würden. Und bei manchen ist es auch bis zu einem halben Jahr, dass die Haare gar nicht nachkommen. Also meine Erfahrung liegt da genau in den Bereichen dazwischen, zwischen einem und sechs Monaten für die Erhaltungsdosis. Kann ich das unbedenklich in allen Bereichen an meinem Körper anwenden, wie zum Beispiel, was mich auch sehr viele gefragt haben, ist Intimbereich? Ja, also es geht wirklich an vielen Stellen sozusagen, fast am ganzen Körper, aber gerade der Intimbereich ist eine Ausnahme. Also Bikini-Zone geht schon noch auf jeden Fall, aber der Intimbereich selbst ist ja bei vielen auch dunkler pigmentiert und die Haare stehen da auch oft dichter. Und das wird dann doch zu unangenehm und auch nicht sehr effektiv, weil doch sehr viel Energie da reingezogen wird. Also da nicht, kein Intimbereich. Und im Gesicht muss man sagen, geht eigentlich auch alles abwärts der Wangenknochen. Also nicht zwischen den Augen und auf der Stirn verwenden, aber man kann sehr gut eben Oberlippe, Kinnbereich und eben alles abwärts davon gut benutzen. Muss man was beachten, wenn man das Gerät im Gesicht anwendet? Ich zum Beispiel benutze ja hier jetzt vom Braun den Kleinaufsatz und spanne dann so ein bisschen die Lippe an, also mach das so ein bisschen unter meinen Finger, damit ich da besser rankomme. Würdest du sagen, ist das richtig so, wie ich es bisher gemacht habe? Das ist genau richtig. Du musst aufpassen, dass du nicht auf die Lippe kommst. Genau, schön drumrum. Die Haut spannen, das sind gute Tipps. Genauso funktioniert es super. Es kamen auch einige Fragen rein, die gesagt haben, ob das Männer auch im Gesicht verwenden können. Also Männer können das Gerät grundsätzlich am Körper auch sehr gerne verwenden. Nur da ist genauso der Intimbereich nicht zu empfehlen und im Gesicht leider bei den Männern nämlich auch nicht. Da muss ich sie enttäuschen, weil da ist das Bartra doch fester als das bei den Frauen. Insofern kommt es da manchmal zu einem fleckigen Ergebnis mit Lücken und das wollen wir ja nicht. Also da ist es tatsächlich nicht zu empfehlen. Aber Brustbereich, Rücken bei Männern ideal, aber nicht Gesicht. Ja, aber voll gut. Könntest du nochmal so die Vorteile einer IPL-Behandlung für zu Hause nochmal nennen? So als Dermatologin, was sind so deine Tipps und was sind so die Vorteile davon? Also IPL-Behandlung ist für die geeignet, die unheimlich gerne unkomplizierte, lange Haarfreiheit erreichen wollen. Vor allem, wenn man so unkompliziert dahin kommt. Nämlich, wie du schon vorhin gesagt hast, du brauchst nicht mal fünf Minuten für beide Beine. Und da muss ich sagen, ist das natürlich, kommt uns ganz entgegen und ideal, dass man diese Art von Enthaarung eben auch zu Hause durchführen kann. Ja, ich muss auch echt sagen, es ist so entspannt, dass man keinen Termin machen muss im Salon, dass man da auch alle paar Wochen hingehen muss. Weil das ist halt schon ein Aufwand, den man betreiben muss. Und gerade jetzt mit einem Kind zu Hause, dass man dann extra in die Stadt fahren muss, um diese Behandlung durchzuführen. Das ist echt schon mega entspannt, das schnell mal nach dem Duschen, wenn man sich frisch rasiert hat, das anzuwenden. Kannst du nochmal so eine Step-by-Step-Anleitung geben, was man alles machen muss, damit wirklich das beste Ergebnis erzielt wird? Also der erste Schritt ist ja schon mal rasieren. Und danach? Genau. Also die Haut muss sauber, trocken und rasiert sein, wie du gesagt hast, das stimmt. Das kann man direkt davor machen. Oder wer empfindlich ist durch die Rasur, der kann es ja auch am Tag vorher machen und dann am nächsten Tag die EPL-Anwendung. Aber es sollte sozusagen sehr zeitnah aufeinander passieren. Ja, das Schöne ist ja auch, dass man einfach nicht mehr regelmäßig ans Rasieren denken muss, sondern man hat einfach Ruhe an den Beinen. Man ist nicht so, okay, kurz vorm Sommer, Mist, ich will jetzt meine kurze Hose anziehen, muss mich aber noch schnell rasieren. Sondern man kann einfach entspannt rausgehen und das anziehen, was man möchte, wenn man dann haarfrei sich präsentieren möchte. Und bei regelmäßiger Anwendung hält das Gerät auch bis zu 24 Jahre. Also werdet ihr echt lange was davon haben. Und ich würde mal sagen, wir machen noch so eine schnelle Frage-Quiz-Runde mit so Fragen, die noch von der Community gekommen sind. Was würdest du sagen bei eingewachsenen Haaren? Kann man das trotzdem verwenden? Also das Gute ist, durch EPL wachsen die Haare ja gar nicht ein. Aber wenn es sich jetzt um ein entzündetes Haar handelt, was durchaus unter der Haut lang wächst und nicht nach oben kommt, das sollte erst der Dermatologe sehen und behandeln. Ja, ich denke generell bei so schwierigeren Sachen, wo man sich total unsicher ist, sollte man eh immer erst mal zum Dermatologen vorher. Das ist richtig. Es gibt manchmal Muttermale, die abgeklärt werden müssen, ob das da bedenkenlos ist. Dazu kann ich aber auch sagen, es ist kein UV-Licht. Es handelt sich ja um EPL-Licht. Und das macht also wenig im Thema Hautalterung oder eben Hautkrebs aus. Aber trotzdem gilt es natürlich, da bei verdächtigen Muttermalen erst eine Abklärung oder auch, was ich empfehlen würde, auch bei Besenreisern, weil die ja auch dunkel sind. Die können dann auch ein bisschen zu viel Licht an sich ziehen. Da würde ich auch erst den Hautarzt aufsuchen, dass das abgeklärt wird. Ja, und dann würdest du sagen, dass man diese Stellen erstmal auslassen sollte? Genau, richtig. Dann die Stellen erstmal auslassen. Drumherum, das geht ja auch, nur nicht genau drauf. So wie bei Tätowierungen bitte auch, da auch auslassen, denn Tätowierungen würden auch zu viel Energie absorbieren oder die Lampe würde sich sogar so zurückschalten, dass zu wenig Licht rauskommt. Das ist natürlich dann auch ineffektiv. Jetzt hast du ja auch schon viele Fragen beantwortet in einem Zug, aber es gibt noch weitere Fragen und zwar, besteht die Gefahr, sich zu verbrennen? Ich meine, du hast es ja vorhin schon ein bisschen erklärt, aber du kannst ja nochmal einmal kurz und knackig sagen. Ja, also die Gefahr besteht nicht, dass man sich verbrennt. Also insofern, nein, keine Verbrennung, da ist der Schutz auf jeden Fall erstmal gegeben. Bei Braun ist es auch so, bei dem IPL-Gerät, dass er wirklich ständig den Hautton misst und das bis zu 80 Mal die Sekunde. Also könnt ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein, dass der kontinuierlich schaut, ob das jetzt gerade okay ist, wie viel Licht der aussendet. Und dann noch eine weitere Frage und zwar, warum sollte man das denn nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden? Ja, Schwangerschaft und Stillzeit sind immer so besondere Momente, wo ich sage, Safety first, da geht die Sicherheit einfach vor. Es gibt nämlich keine Anwendungsbeobachtung und keine Studien in dieser Phase. Genauso wie für ganz junge Mädchen, also in der Pubertät und Jugendliche, da ist einfach nicht beobachtet worden, wie es da funktioniert. Man möchte kein Risiko eingehen, also sagen wir einfach, da lieber Schwangerschaft und Stillzeit nicht verwenden. Ja, das waren nun all eure Fragen. Ich hoffe, wir konnten sie so detailliert wie möglich beantworten, sodass keine Fragen mehr offen sind bei euch. Falls sonst noch irgendwas sein sollte, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten habt ihr bei Braun noch eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt das problemlos ausprobieren und wenn das nicht funktionieren sollte, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Da packe ich euch auch nochmal alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Ja, vielen, vielen Dank Melanie, dass du alles so schön detailliert beantwortet hast. Ja, liebe Kiso, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, all die interessanten Fragen von dir und deiner Community zu beantworten. War toll, heute hier für euch da zu sein. Es ist ein wichtiges und interessantes und tolles Thema. Hat mir Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Alle Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier kommt ihr zu meinen zwei letzten Videos. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.